Die erste Runde ist jetzt von der Nerdcon rum. Wir hatten bei Koaloi Turbo Fade in einem nicht festgelegten Setting, was wir bei der Charaktererstellung gemacht haben. Neu-Ulm. Neu-Ulm. Sie haben die Nuss, also Neu-Ulm such den Superstar, bespielt. Koali, was sind so deine Impressionen? Es ist wie immer, wenn man Turbo Fade hier spielt, irgendwie sehr chaotisch. Ich glaube, ich wollte eigentlich das System ein bisschen zeigen. Ich glaube, das hat funktioniert. Ja, ich hatte Spaß. Wir haben viel gelacht am Tisch. Sehr viel gelacht, das stimmt. Ja. Lilio, was hast du gespielt? Was war deine Impression? Kannst du Turbo Fade empfehlen? Äh, gespielt habe ich Henrietta, eine Komponistin mit einem unsichtbaren Freund, die eben bei Nuss Neu-Ulm such den Superstar antreten wollte. Ähm, hatte dabei aber einen Gegenspieler, den Baron, der alles getan hat, um seine Mitpartizipanten irgendwie total unter den Teppich zu kehren und zu sabotieren und alles. Und wir haben es aber geschafft, uns entgegenzusetzen. Und es war, wie gesagt, sehr chaotisch, aber auch sehr, sehr lustig. Ja, also großer Lachfaktor, ganz extrem. Ja, ja. Taba, was hast du gespielt und was war deine Impression von Turbo Fade? Okay. Also, ich fand es sehr interessant, auch wie Quali es rübergebracht hat. Respekt. Für Konz ist es, glaube ich, ein super System. Und gespielt habe ich Pocci, einen Plüschpapageien, der nicht bei einem Piraten war, sondern bei? Äh, Stingo Rau. Dem schönsten, geilsten, schillerndsten, äh, quietschigstbuntesten Cowboy ever. Mit seiner wundervollen Balalaika. Und der hundertste, äh, Cowboy hieß Harald. Er wurde hundert Jahre alt. Der hunderteinste Cowboy hieß Fader, der kommt immer später. Eindrücke? Äh, ja, ich wollte Fade ja immer schon mal, oder zumindest mal das Turbo Fade kennenlernen. Es war sehr chaotisch. Ich denke, es lag auch einfach mit am Setting, dass es einfach richtig Gagga war. Es war so eine Mischung aus Western, Sci-Fi. Und was auch immer. Und was auch immer, genau. Ballaballa, aber, ja, war lustig. Und Henrietta ist link. Also, Rosemir, ich versuche es nochmal so ein bisschen in Themen zu clustern. Also, wir hatten kein Setting, keine Vorgabe. Ein Wunsch war kein Sci-Fi. Also, hatten wir einen Cowboy mit dabei, einen Büschpapagei, eine, ja, Sängerin mit einem unsichtbaren Freund und ich war Drolana, also der fliegende Zauberer von He-Man, wenn ihr das nicht kennt. So wie Orko, nur ein anderer Name. Äh, Kalli Ostro, es hieß dann gleich, er sollte Kalli genannt werden. Habe ich mir gedacht, gar kein Problem, dann mache ich eben den Kalli. Jetzt bin ich heiser nach dem ersten Abend, aber wir hatten Spaß wie in die Sau. Wir haben super viel gelacht und ich hoffe, das geht morgen so weiter. Wir haben jetzt nochmal so ein Resümee-Programm um 0 Uhr, glaube ich, wo wir sagen, dass wir alle Runden zu der Feedback geben, wie sie es fanden. Und, ähm, ja, dann sage ich euch schon mal, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen wieder. Allgude und herzlich willkommen zu einem neuen Take nach einer neuen Runde hier auf der NerdCon. Wir haben gerade Cthulhu gespielt, das Abenteuer-Szenario begraben. Mit dabei waren Shamasa, Feramin, Rereon und Hati. Die anderen wollen nicht mehr drauf, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wir haben ein paar Cthulhu-Neulinge mit dabei gehabt, was natürlich immer sowohl für die Spieler ein ganz besonderes Ereignis ist, als auch für mich für Leiter, weil da kann man viel kaputt machen, wenn man Cthulhu das erste Mal spielt. Man kann aber auch irgendwo begeistern. Da wäre jetzt die Frage, Shamasa, wie hast du jetzt das erste Mal Cthulhu empfunden und eher kaputt gemacht oder eher begeistert? Äh, ich spiele es sicher mal wieder. Also, es war jetzt nicht so, ich habe mich bis jetzt immer geweigert, weil ich nicht sicher war, wie ich reagiere. Weil ich normalerweise nicht schlafen kann, wenn ich irgendeinen Horrorfilm schaue. War aber verdrecklich. Mhm. War aber verdrecklich. Ja. Hat aber auch damit zu tun, dass halt viel in deinem eigenen Kopf abläuft. Genau. Und ich in der Zwischenzeit Lovecraft kenne und weiß, was er geschrieben hat. Genau. Also guter Cthulhu, wie der Horror findet meistens im Kopf statt. Das ist richtig. Was hast du jetzt für einen Charakter gespielt und wie hat der Charakter diese Szene empfunden? Was würdest du da sagen? Naja, sie war halt Archäologin und nicht so im Feld. Und da sie eh nicht so extrovertiert war, hat sie nicht viel gesagt. Aber das passt. Normalerweise bin ich auch so. Hat aber wahrscheinlich doch so gewisse Prägen, die sie jetzt mitnimmt, die sich erst später zeigen werden, würde ich sagen. Also jetzt natürlich ist der Nachteil von so einem One-Shot, wenn der Charakter jetzt nicht mehr bespielt werden würde, dass man die wirklichen Folgen an dem Charakter nicht fühlt. Das könnte man dann schauen, ob du den irgendwann nochmal spielst. Dann könnte man das natürlich dann auch einfließen lassen mit ich habe da mal was erlebt und so weiter. Aber ich muss halt als SL sagen, es war schon auf jeden Fall eine super Leistung. Danke dafür. Gute Fähre, Amin. Du auch das erste Mal Cthulhu. Wie war so dein Resümee davon? Wie hast du das empfunden und No-Go Cthulhu jetzt oder würdest du es wieder spielen? Es kommt extrem auf Setting an, weil das war jetzt nicht so diese abstrakte, psychodelische Horror, sondern mit so einem Ägypten-Mumien-Setting. Es war irgendwie greifbarer. Aber so diese Sachen, die so in dieses ganz Subtile reingehen, die wären jetzt auch nicht meins. Würdest du dich schon vorher dann informieren und auch nur den Meister reden und so weiter? Ich würde es nicht mit jedem spielen, definitiv, ja. Das war jetzt ein Vertrauensbeweis an mich. Ja, absolut. Dankeschön. Dann was hast du für Charakter gespielt und wie hat er das empfunden, denkst du? Ich habe eine dissertierte Fremden-Legionärin gespielt, die auf Rerions-Charakter aufpassen sollte. Und ja, es war nicht schön für die und die würde mit Sicherheit, ich glaube, nicht noch mal jemanden in ein ägyptisches Grab begleiten und vielleicht Ägypten erstmal prinzipiell den Rücken kehren, aber sie hat in der Fremden-Legion auch schon schlimme Dinge gesehen. Also es ist noch so, manche Sachen hat man sich vielleicht auch nur eingebildet. Verdrängung ist immer ein sehr gutes Werkzeug für den Menschen, sowas zu vergessen. Okay, ja, gut, freut mich. Rerion, als alter Cthulhu-Veteran, muss man ja sagen. Ja, wie fandest du die Runde jetzt auch in dem Kontext, dass wir, ich sag mal, einen semi-begabten Meister, was Cthulhu angeht, dabei haben, erfahrene Spieler, aber auch Neulinge? Also was ja wirklich so ein Bullter-Mischmann an Rollenspielerfahrungen, Fähigungen und so weiter ist. Wie wäre dein Feedback als alter Hase? Ja, also prinzipiell waren ja heute auch einfach sehr viele. Da ist dann immer auch irgendwo ein bisschen mehr Interaktion, also meistens. Ich finde eigentlich dafür, dass viele dabei waren, die das noch nie gespielt haben. Waren da ganz normale, verständliche Reaktionen drin, zwischen Verdrängen oder ich bin jetzt eigentlich unsicher und ich sag da mal lieber gar nichts und verhalte mich generell zurück. Bis zu, oh mein Gott, nicht schon wieder. War halt die ganze Anbarte dabei, das macht es halt auch so interessant. Also es war jetzt auf jeden Fall ein schöner, runder Abend, würde ich jetzt so sagen. Ich fand das Abenteuer auch interessant, weil ich halt total auf Ägypten abfahre und die Story im Hintergrund halt kenne. Ja, aber meiner ist jetzt definitiv fällig für eine Langzeittherapie. Okay, was für einen Charakter hast du gespielt und wie hat er das empfunden und vielleicht bei dir als besonders, was ist ihm denn so Schlimmes passiert? Ich bin Antiquitätenhändler, also auch ein bisschen Schmuggel dabei, also schon mal, als er sich halt Sachen einsteigt, so er ist von den Pyramiden gefunden, so ein bisschen das Sprachrohr zu den Arbeitern ist und ja, Schlimmes passiert. Einiges, also seine komplette rechte Hand ist verbrannt und er hat gesehen, wie irgendwo auch ein Kumpel von ihm zu einem wandelnden Skelett geworden ist und schwarze Hände und Nebel und Schleimzeugs widerlich und bla und noch dazu, kackt ihn dann irgend so ein Professor von der Seite an und er weiß eigentlich gar nicht, was das Ganze sollte. Hat er voll nicht kapiert. Ja, also prinzipiell hat er auf jeden Fall mindestens drei Psychosen entwickelt in der Zeit und er wird jetzt mal, und er wird jetzt definitiv erstmal versuchen, das zu vergessen. Vermutlich wird er sich die nächsten Wochen mit Alkohol ertränken und dann mal sehen, wie es weitergeht. Also ein guter Anwärter für irgendwie mal in Richtung Black Pharoah Story zu gehen. Sind wir dabei? Machen wir eine neue Kampagne? Ja, du mich auch. Wir spielen so wenig zusammen, oder? Muss mehr werden. Ja, genau. Alles klar. Okay, dann als letzter auf der Runde hier auf der Couch der Hati. Du hattest schon mal Cthulhu gespielt, hast du gesagt? Genau, ich habe das schon mal gespielt. Die Runde war wenig begeistert und wir hatten eine Veteranin dabei, die das sehr hat raushängen lassen. Das war heute deutlich besser. Also die Veteranen, die haben sich meistens zurückgehalten und haben also auch die Neulinge da ein bisschen mehr einfließen lassen. Das war alles gut. Fand ich auch, war eine sehr gute Mischung. Es hat jeder mit jedem gespielt, so gefühlt ist bei so einer großen Gruppe. Also abgesehen jetzt von den vier auf der Couch waren noch zwei Spieler mehr mit dabei. Eine Sechs-Spieler-Runde ist schon relativ groß. Auf einer Kond auf jeden Fall machbar. Am Spieltisch oder halt auch online über eine längere Zeit ist das schwierig. Aber ich denke dafür und auch dafür, dass wir glaube ich so in der Konstellation noch nicht wirklich miteinander gespielt haben, fand ich es wirklich sehr, sehr gut gelungen und hat auch viel Spaß gemacht. Jetzt nochmal zu deinem Charakter. Was hast du für einen Charakter gespielt und wie denkst du, hat er die, ich nenne es jetzt einfach mal, Begebnisse in dieser Pyramide empfunden? Ich hatte einen etwas überalterten Geologen, der sich, wie Geologen dazu tun, sich primär für die Steine interessiert hat. Von daher hat er eigentlich von dem ganzen Drumherum nicht so viel mitbekommen oder es einfach verdrängt. Von daher ist er eigentlich ganz gut für ihn ausgegangen. Er hat auch nicht so viel Sanity verloren. Es war recht wenig, das stimmt. Ja, von daher, ich glaube er hat kein Traumata davon getragen. Sehr gut. Ja, also wieder mal als Resümee unterm Strich eine gelungene Runde auf der NerdCon. Wir hatten viel Spaß, so wie jetzt für meinen Teil die letzten Tage hier. Und ich habe heute schon mal mit der Orga gesprochen, ob es da eine Folge NerdCon geben wird nächstes Jahr. Das sieht schon mal gut aus und dass man dann anstrebt, zum einen das ganze Haus belegen zu können, also ein paar mehr Leute mit dazu nimmt. Wir hatten jetzt noch eine zweite Gruppe mit hier, dass man quasi das ganze Haus für uns hätte und auch alle Räume belegen könnte, wo wir dann mehr Platz hätten. Und vielleicht die NerdCon dann noch, um den Tag auszuweiten, dass man einen Tag früher anfängt, weil es war jetzt so gefühlt Freitagabend oder Freitag Anreise. Freitagabend, ja, zwar spielen, aber man war müde. Jetzt der Samstag war wirklich aktiv und morgen ist halt einfach nur noch Abreise, dass man das ein bisschen strecken könnte für die, die Interesse haben. Aber wenn es da konkrete Sachen gibt, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ansonsten wird es nochmal morgen ein Abschlussvideo mit der Orga geben, denke ich. Und ja, schreibt mal eure Kommentare unten drunter, warum ihr nicht dabei wart auf der NerdCon oder ob ihr generell nicht auf Cons geht oder ob ihr mal Interesse hättet oder was auch immer. Wir freuen uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Hi, Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Recap-Runde von der NerdCon. Wir haben heute bei Koali Engel und zwar im Arcana-Kartensystem gespielt. Das war jetzt für mich das erste Mal. Ich habe es vorher schon mit Fate gespielt bei Koali. Diesmal im Arcana-Kartensystem. Vielleicht ganz kurz ist jetzt nicht das, ich sag mal, wie nennt man sowas? Public Announce System, also nicht so extrem bekannt in der Rollenspielwelt. Kannst du so zwei, drei Worte zu Engel an sich sagen? Worum geht es da? Zum Setting? Ja. Ja, es ist eigentlich ein Sci-Fi-Ding. Ein postapokalyptisches System. Menschheit ist in einen mittelalterlichen Zustand zurückgefallen wegen einer Katastrophe. Die Menschheit wird bedroht durch verschiedene Faktoren, unter anderem durch den Insektuiden Dämonen. Und die einzige Hilfe sind die Engel des Herrn. Und die werden von den Spielern gespielt und müssen versuchen, die Menschheit zu retten. Und dann gibt es halt, es gibt noch Setting-immanente Geheimnisse dieser Welt. Und ein bisschen den Reiz des Spiels macht es aus, die zu entdecken. Aber ich glaube mittlerweile sind sie auf dem Polen schon ein bisschen durchgesickert. Ja, wo wir beim Thema Weltretten sind. Und Feramin, was hast du denn in der Runde gespielt und wie fandest du es? Ich habe eine Urielitin gespielt, Scharfschütze, die sich mit Tieren und Pflanzen auskennt. Und es war sehr cool. Kurz und knapp. Alles klar. Vom System her mit den Arcana-Karten, also man würfelt ja in diesem System nicht, sondern man zieht Karten und interpretiert die so ein bisschen wie Tarot, würde ich jetzt mal am weitesten sagen. Wie fandest du das? Das ist eine ziemlich coole Sache, die wir ja jetzt heute noch durch den Gesichtswürfel ein bisschen ergänzt haben. Genau, die haben wir durch den Gesichtswürfel ergänzt. Das ist schon ganz nett, dass man einfach ein bisschen Spielraum hat und es zwingt einen zu beschreiben. Und das Setting an sich so mit postapokalyptisch, alles was wir heute kennen, mit Technik ist ja verpönt, verboten. Wie fandest du das? Das war mal spannend, weil man auf ganz andere Hilfsmittel zurückgreifen muss. Und dann auch Sachen begegnet, die man als Spieler wiedererkennt und sich denkt, okay, wie geht man wohl damit um, ob man wild irgendwelche Knöpfchen drückt? Ja, definitiv. Also genau das macht für mich auch einen großen Reiz von dem Setting aus. Rerion, was hast du gespielt und wie fandest du das Setting? Ich spielte den Knopfdrücker, den Ramieliten. Das sind so die Wissensbewahrer, Wissenssucher und ich war dezent vorlaut. Und ich fand es toll, dass mein Charakter genauso viel Plan von Technik hat wie ich. Weil ich drücke auch meistens nur Knöpfe und irgendwas passiert. Oder nicht? Oder nicht? Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Setting, vor allem weil die Figuren der Engel in der Postapokalypse so ungewöhnlich sind. Du erwartest verstrahlte Mutanten oder generell das Ausbleiben von irgendwelchen, sag ich mal, ungewöhnlichen Wesenheiten. Und dann hast du da quasi eine neue Kirche und Engel, wirklich Engel, wie man sie halt kennt, klassisch, an sich geschlechtslos. Und die selber nichts wissen, außer dem, was ihnen halt erzählt wird. Und ich finde, diesen Reiz da ist auf jeden Fall sehr groß, die Welt zu entdecken, weil du als Spieler zwar Sachen wiedererkennst, aber der Charakter wirklich überhaupt nichts weiß. Also das macht einen sehr großen Reiz aus und das fand ich auch spannend. Und das mit den Arcana-Karten fand ich halt sehr gut, weil man sich das selber zusammen definieren kann. Da braucht man vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl für, dass man halt nicht sagt, mir gelingt quasi jede Probe. Aber da kann man halt ein bisschen wirklich damit interagieren, mit den Beispielen, die da dann dabei stehen. Und da kann man selbst wunderbare Beschreibungsgeschichten machen. Das ist halt ein fast reines Beschreibungssystem und das ist echt mal eine sehr coole Sache. Also es steht auch bei der Beschreibung mit dabei, dass es ein cineastisches Spiel ist und es jetzt nicht ums Würfelgemäche geht und so weiter. Und das fand ich persönlich auch sehr cool. Ich habe Michaeliten gespielt, das ist quasi der Anführer der Gruppe. Ich wollte jetzt aber nicht den großkotzigen Herold raushängen lassen, deswegen habe ich so ein bisschen den deppischen Underdog gespielt, der sagt, vor der Gruppe darf mich keiner in Frage stellen. Aber wenn wir dann allein sind, frage ich den Rahmeneliten, habe ich das richtig gemacht, bin ich da konform, kannst du mal vorlesen, kannst du mal übersetzen und so weiter. Aber wir machen das schon. Wir haben letztendlich gute Dynamik. Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die Gruppe hat sehr gut zusammen funktioniert. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war nicht ganz so chaotisch wie TurboFate gestern Abend. Nee, aber es war anders chaotisch. Ja, aber es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Also kann man jetzt unterm Strich sagen, wir sind jetzt mit dem offiziellen Teil der NerdCon mit den Runden durch. Alle Runden, die ich mitgespielt habe, haben super viel Spaß gemacht. Ich habe mal wieder mit anderen Leuten gespielt. Es war auch eine andere Art von Intensiv, jetzt nochmal zwei Tage, sag ich mal, Tischrunden zu spielen, weil ich das ja sonst nie habe. Das war auch nochmal ein extra Feeling. Was ich ja sonst an Tischrunden nicht mag, ist die Rüstzeit irgendwo hinfahren, da muss noch Pizza bestellt werden und so weiter. Das fiel jetzt hier zum Glück weg, weil wir halt dafür extra getroffen haben das ganze Wochenende. Das war halt mal wieder richtig cool, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Ja, das war ein weiteres Feedback-Video von der NerdCon. Wenn ich die Orga und Admins morgen nochmal zusammenkriege, gibt es nochmal so ein Resümee-Video von der NerdCon. Vielleicht einen Ausblick, man munkelt schon oder auch noch nicht, das sehen wir dann. Aber auf jeden Fall bis jetzt einfach super cool, wenn du das siehst und warst nicht dabei, du hast sowas von verpasst, mein lieber Mann. Und ja, bis dann. Und ja, bis dann.